Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es in den Serengeti Park Hodenhagen und dort kann man nicht nur mit Auto oder Bus die Safari erleben, sondern im Anschluss an der Safari auch noch in den Freizeitpark gehen und dort gibt es neben klassische Attraktionen wie Achterbahnen oder andere Rundfahrgeschäfte auch noch weitere Safaris und diese sind eigentlich die Besonderheit des Freizeitparks für mich, denn solche Attraktionen findet man wirklich sehr selten bei uns in Europa und ich zeige euch heute die Speedboot Safari namens Black Mamba und dort geht es in 420 PS starken Booten auf den See inklusive rasanter Richtungswechsel und 360 Grad Drehungen. Ja und wenn man Pech hat kann man dabei auch ganz schön nass werden, deswegen nehmt euch am besten Regencap mit wenn ihr vor habt die Black Mamba zu fahren und jetzt viel Spaß mit dem Video klingt gut das Ding und jetzt geht es in 420 PS lang, das ist ein Drehungsgeschehen und ein Drehungsgeschehen und ein Drehungsgeschehen. Und jetzt geht es um ein Drehungsgeschehen, also eine Drehungsgeschehen und ein Drehungsgeschehen, Ja, das ist gut. Aha, das ist also das Baby. Wie, kriegst du eine Privat-Tour? Ja! Einmal dürfen wir noch einen Haushalt fahren. Achso. Sie wollen das ja auch noch filmen, wenn ich jetzt hier vorne weg hinsetze. Sie möchten vielleicht nicht gefilmt werden. Um diese ganzen langen Diskussionen aus dem Weg zu geben. Okay. Ja, cool. Halten Sie sich mal gut fest. Wenn ich das Zeichen mal besonders gut fest halte, dann sehen wir uns und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Dankeschön. Der Jahrhundert meteor für einenbelangenengen Reihe. Hom Seite. HäANEN. Ja. Aha. Hä. Woah! 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 ja geile sache ja echt geil dankeschön um 二 me m me 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 Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Selbstausprobieren. Vielen Dank fürs Zuschauen.